Jawoll, mit der Nase zu uns, oder? 19 Meter ist das Seitenruder. Cockpit ist circa in der Mitte. Ah, der ist nicht so weit hier. Das ist auf jeden Fall sehr hoch, das Cockpit. Boah, wie weit die sie zurückpushen. Und direkt hinten dran kommt die nächste Queen. Das sind ja schon wieder Bilder hier, wieder heute. Ist ja unglaublich. Schaut euch das mal an. Da haben wir 747, 400 nach Mexiko und 747, 400, Moment, 800 ist Mexiko und die jetzt hier vorbei rollt, ist die 400er, sieht man auch an den Triebwerken und an den Tragflächen. Abgefahren, oder? Das sieht ja mega aus. Das sieht ja mega aus.